0 zu 1 0 zu 5 Oliver Nöwil Auf dem Weg zum zweiten Tor Denkste Aber Sehr Roberto Heute darf jeder mal Der lässt sie beide stehen Wie die C-Jugendlichen Ring Ballack 0 zu 7 Sehr Roberto Das konnte man nur noch mit Sarkasmus Und Galgenhumor ertragen Was für ein Pass auf Oliver Nöwil Nöwil Schneider der Eingewechselte Wir warten auf den Abpfiff Gora beim Freistoß Ja hallo 1 zu 9 Leandro 0 0 0 0 Vielen Dank.